Es heißt, Geld regiert die Welt. Keiner hat mehr davon als der Finanzinvestor BlackRock. Über 6 Billionen Dollar stehen dem Konzern zur Verfügung. Das meiste stammt von großen Anlegern, aber auch von Millionen Kleinsparern weltweit. Wer so viel Geld bewegt, hat Einfluss auf Firmen, Politiker und ganze Länder. Was genau bedeutet das für uns alle? Warum wissen wir so wenig über den größten Finanzgiganten von allen? Niemand wollte wirklich mit mir offen darüber, mit Namensnennung darüber sprechen. Ich glaube, BlackRock ist eine extrem gefährliche Firma. Es gab einen Spruch, du musst hier mit den Haien schwimmen. Der größte Finanzinvestor der Welt residiert in New York. Das Hauptquartier von BlackRock liegt auf der 52. Straße in Midtown Manhattan. Nicht an der Wall Street, sondern in einem normalen Büroviertel. Das Gebäude ist für jeden zugänglich. Im Erdgeschoss sind ein edler Designerladen und ein Café untergebracht. Ein Klavierspieler sorgt für anspruchsvolle Atmosphäre. Ein künstlicher Wasserfall und sattes Grün dienen als Wohlfühloase. Die Büros von BlackRock befinden sich hinter einer wuchtigen Absperrung. Abends tummeln sich am Eingang noch die Essenskuriere. Wer hier arbeitet, achtet nicht auf den Feierabend. Hier steht Business im Vordergrund. Der Kopf des Unternehmens ist Lawrence D. Fink, genannt Larry. Er ist der mächtigste Vermögensverwalter der Welt. Über 6 Billionen Euro gehen durch die Hände seiner 14.500 Mitarbeiter. Keine Firma der Welt managt mehr. So ein Erfolg fällt einem nicht in den Schoß. Da muss man sehr getrieben sein, sehr ehrgeizig, sehr smart. Man muss gute Instinkte haben. Und natürlich kann man mal Glück haben und spekulieren und eine Milliarde erzielen in einem Jahr. Aber das muss ja aufrechterhalten werden. Sie müssen neue Kunden gewinnen, also Investoren. Sie müssen Investoren halten können. Und idealerweise müssen sie wachsen können. Und BlackRock wächst und wächst. Seit dem Börsengang 1999 stieg der Kurswert auf über 400 Dollar. Als Larry Fink die erste Aktie in Händen hielt, waren es gerade mal 14 Dollar. Die Börsenkorrespondentin Heike Buchter hat den Aufstieg von BlackRock von Anfang an miterlebt und ein Buch darüber geschrieben. Es ist bis heute das Einzige, das sich mit den Finanzgeschäften des Konzerns beschäftigt. BlackRock arbeitet mit dem, was die Wall Street OPM nennt. OPM, Other People's Money. Das ist das Geld anderer Leute. Das ist das Geld, was die Wall Street am allerliebsten verwendet. Und bei BlackRock ist das natürlich auch System. Wir arbeiten mit Geld, was in Pensionskassen, Versicherungen, Kleinsparer und alle Leute, die mehr oder minder Interesse daran haben zu investieren, können sich an BlackRock wenden und die investieren es dann für sie. Zu Blackrocks Kunden zählen große Investoren wie etwa der norwegische Staatsfonds oder die kalifornische Pensionskasse. Die Anlagesummen betragen oft Milliarden. Ab zweistelligen Millionenbeträgen gibt es individuelle Beratung direkt von BlackRock. BlackRock ist ein Unternehmen, das absolute Aufmerksamkeit verdient, weil es die weltgrößte Investmentfirma ist. Mit sechs Billionen Dollar ist sie größer als die meisten Banken, zumindest in Bezug darauf, wie viel Geld verwaltet wird. Seit der Finanzkrise sind Firmen wie BlackRock die neuen Könige am Markt. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass BlackRock ein bekanntes Unternehmen ist. Ich denke, in Frankreich ist es sogar völlig unbekannt, wenn man vom Finanzmilieu absieht. In der Wirtschaft weiß man, dass es ein wichtiger Investor ist. Viel mehr weiß man nicht. BlackRock nimmt auch Geld von Kleinanlegern. Für sie stehen kostengünstige Fonds bereit. Diese sogenannten ETFs werden bei BlackRock unter der Marke iShares verkauft. Fast ein Drittel des gesamten BlackRock-Anlagevermögens steckt in ETFs. BlackRock wirbt für seine ETFs mit einer breiten Risikostreuung. Das ist vor allem für Kleinanleger verlockend, die von der Finanzkrise gebeutelt wurden. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und die sagen, BlackRock hat zu viel Geld. BlackRock beherrscht die Kapitalmärkte. Und falls mal etwas schief geht, dann könnte das die ganze Finanzwelt bedrohen. Doch Larry Fink wiegelt ab. Die Wahrheit ist, dass die Kapitalmärkte Kapitalmärkte sind. Ich steuere die doch nicht. Die ganze Welt steuert die Märkte. Alle, die da teilhaben. Ist Larry Finks Einfluss auf die Kapitalmärkte tatsächlich so gering? Es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln. Denn in den zehn Jahren seit der Finanzkrise 2009 stieg BlackRock zum größten Investor der Welt auf. Und die ETFs spielen dabei eine zentrale Rolle. Juni 2009. Während die Finanzkrise die ganze Welt in Atem hält, übernimmt BlackRock das Fondsgeschäft der angeschlagenen britischen Großbank Barclays für 13,5 Milliarden Dollar. Ein sagenhafter Deal. Über Nacht verdoppelt sich so das verwaltete Vermögen von BlackRock. Und was noch wichtiger ist, der Konzern kauft sich ins ETF-Geschäft ein. Die ETFs sind groß geworden in einer Zeit nach der Finanzkrise, wo wir den längsten anhaltenden Bullenmarkt, also die Rallye hatten, die jetzt, zehn Jahre war sie jetzt, dieser Tage. So, zehn Jahre lang ging es nur nach oben. In diesen zehn Jahren sind ETFs explodiert. Und die nehmen immer nur noch weiter zu. Die haben nicht einmal richtig Stress gehabt. Seit 2009 wurden hunderte ETFs an die Börsen gebracht. Die BlackRock-Mitarbeiter bieten damit ganz normalen Leuten auch für kleine Summen Anlagen an. Die ETF-Marke iShares klingt nach Apple-Produkt, gehört aber zu BlackRock. Der Konzern verdient an den Gebühren für die Verwaltung dieser Fonds. Die liegen deutlich unter denen der Konkurrenz. Bei rund 2000 Milliarden Dollar, die in ETFs stecken, dennoch ein lohnendes Geschäft. Das Kürzel ETF steht für Exchange Traded Funds, zu Deutsch Börsengehandelte Fonds. Das Prinzip ist einfach. Man kauft keine einzelnen Aktien mehr, man kauft den Wert von sogenannten Indizes. Ein Beispiel. Wer einen ETF kauft, der den deutschen Aktienindex, also den DAX, abbildet, investiert eigentlich in alle 30 Unternehmen, die dort gelistet sind. Von jetzt ab folgt der Wert des ETF immer dem Wert des Index. Steigt der DAX insgesamt, steigt auch der ETF. Fällt der DAX, verliert auch der ETF. Es gibt also niemanden mehr, der entscheidet, welche Aktie man kaufen sollte, denn ein ETF richtet sich automatisch nach dem ganzen Index, also nach allen Aktien, die dort gelistet sind. Ich mache quasi eine Anlage in den kompletten Markt oder in ein Marktsegment. Alle Autohersteller, alle europäischen Aktien oder was auch immer man da haben will. Da gibt es ja jetzt, das ist wie eine Eisdiele, sie können eigentlich alle Geschmackssorten haben an ETFs. Nach der Finanzkrise, in der Banken das Vertrauen ihrer Kunden verspielt haben, sind viele auf der Suche nach einer transparenten und kostengünstigen Alternative für ihre Geldanlagen. Auf Sparkonten gibt es kaum noch Zinsen. In den USA ist der Trend zu den ETFs besonders stark. Hier sind inzwischen 2,8 Billionen Dollar in Exchange Traded Funds angelegt. BlackRock ist der größte Anbieter von ETFs. Das hat uns allen geholfen, Geld zu sparen. Es hat aber auch enormen Druck auf jeden anderen Vermögensverwalter ausgeübt, die Gebühren zu senken. Der Preis ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand gefallen, den es je gab. Er hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Das hat enorme Einsparungen für alle zur Folge. Doch die Euphorie über die ETFs bekommt 2015 plötzlich einen herben Dämpfer. Denn eine der größten Wall-Street-Legenden nimmt sich ohne Vorwarnung Blackrocks wichtigste Produkte vor. Hedgefondsmanager Carl Icahn sucht sich dafür ausgerechnet eine TV-Sendung aus, in der normalerweise eher freundlich miteinander umgegangen wird. Carl Icahn hat im Grunde genommen, wie soll ich das höflich formulieren, so viel Geld, dass ihm alles scheißegal sein kann. Du bist so reich, dass dir alles egal ist. Du kannst sagen, was du willst. Icahn kann ein loses Mundwerk haben und ich denke, er wollte Larry Fink richtig anpieksen. Und Larry Fink hat vermutlich nicht damit gerechnet, jemanden neben sich zu haben, der auf ihn eindrischt. Ich glaube, Blackrock ist eine extrem gefährliche Firma. Okay? Ganz ehrlich. Der ist schon sehr, sehr, sehr lange an der Wall Street. Und immer wieder tot gesagt, immer wieder da gewesen. Und man muss ihn nicht mögen, aber er ist sicherlich nicht jemand, den man total als Außenseiterspinner oder sonst was wegdrücken kann. Da ist dieser Partyluss. Und jeder auf der Party, jeder im Bus will feiern und was trinken. Also trinken sie und haben Spaß. Und wer schiebt das Ding? Es sind Larry Fink und Janet Yellen. Sie schieben dieses verdammte Ding. Getarnt als Witz beschuldigt Börsenlegende Carl Icahn vor laufenden Kameras Larry Fink und Janet Yellen, die damalige Präsidentin der amerikanischen Notenbank, die nächste Krise in Kauf zu nehmen. Die machen Party und Janet Yellen will die Bremse ziehen. Doch Larry sagt, nein, lass laufen. Und das Partyvolk, nein, nicht bremsen. Das macht so einen Spaß. Und dann ist da diese Klippe. Und der Partybus stürzt die Klippe runter. Und was zerstört ihn? Sie knallen auf einen schwarzen Stein. Einen Blackrock. Das meine ich. Ein führender Experte brandmarkt Blackrock als Gefahr für die Finanzwelt. Der Angriff markiert einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des Finanzinvestors. Steckt tatsächlich zu viel Geld in seinen ETFs? Seit der Finanzkrise ist man sich in Europa einig. Niemals sollen mehr mit Steuermitteln Banken gerettet werden müssen. Für deren Regulierung und Kontrolle ist seit 2014 die Europäische Zentralbank, die EZB, zuständig. Banken müssen viel mehr Eigenkapital halten. Also vor der Krise haben Banken vielleicht so 8, 9 Prozent im Schnitt gehalten. Jetzt würde ich sagen, in der Eurozone haben die Banken im Schnitt zwischen 13 und 14 Prozent. Also der Schnitt, das variiert. Unweit der EZB befindet sich die Deutschlandzentrale von Blackrock. Als globaler Vermögensverwalter hat der Konzern zwar inzwischen viel mehr Geld im Umlauf als die meisten Banken, wird aber deutlich weniger kontrolliert. Denn Blackrock ist keine Bank, vergibt keine Kredite und gilt deshalb als nicht systemrelevant. Systemrelevant wäre ein Finanzinstitut, das, wenn es in Schwierigkeiten gerät, einen Schock im Finanzsystem auslöst, das dann auf die reale Wirtschaft irgendwie eine negative Auswirkung haben könnte. So würde ich Systemrelevanz definieren. Könnte Blackrock nach dieser Definition doch systemrelevant sein? Nach einer Studie des Financial Stability Board, eines Gremiums, das die G20-Staaten quasi als Frühwarnsystem nach der Finanzkrise einrichteten, hat Blackrocks Geschäft inzwischen weitreichende Ausmaße angenommen. Falls Kunden ihre ETFs plötzlich massenhaft verkaufen würden, warum auch immer, könnte das die ganze Börse bedrohen. Und damit auch tausende von Unternehmen, deren Aktienkurse ins Bodenlose fielen. Wenn du verkaufen willst, es aber niemanden gibt, der kaufen will, dann kann der Preis rasant fallen. Und ein Schneeball-Effekt setzt ein. Es war immer die Sorge, dass ETFs unter Umständen eine gefährliche Sache sein können. Ich finde, das ist eine berechtigte Sorge. Aber es gab vor der Krise ein paar Billionen Dollar an ETFs und sie haben sie überstanden. Sie haben so funktioniert, wie sie sollten. Das ist der Grund, warum die Menschen nach der Finanzkrise mehr Vertrauen in ETFs hatten. Auch wenn die ETFs die Krise gut überstanden haben, gibt es Alarmsignale, dass es auch mal anders laufen könnte. So wie beim sogenannten Flash-Crash im Mai 2010. Aus dem Nichts stürzten die Kurse ab. Ein Großteil der Transaktionen betraf ETFs. Der Live-Reporter aus der Wall Street konnte es nicht fassen. Du siehst einen Lastwagen kommen, der rollt auf dich zu, der wird schneller. Und du musst dann kalkulieren, ob es so hinkommt, dass der bremst, bevor er bei dir ankommt. Oder ob er dich einfach platt macht. Und dann musst du dich entscheiden. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei. So schnell wie die Kurse gefallen waren, erholten sie sich wieder. Bis heute ist nicht geklärt, was genau an diesem 6. Mai 2010 passiert ist. Aber eines wurde deutlich. ETFs waren besonders stark betroffen. Plötzlich stand die Frage im Raum, was passiert eigentlich, wenn alle verkaufen wollen? Wer rettet dann das System? Die Antwort ist, keine Ahnung. Es könnte große Probleme geben, weil diese Dinge niemand reguliert. Da ist niemand, der darauf wartet, sie zu retten. Wenn eine Bank dahinter steht, glaube ich, würde sie eingreifen. Bei einer Nichtbank, nein. Weil sie das Geld nicht haben. Sie sind nur Geldverwalter, sie haben nicht das Kapital. Sollten ETF-Anbieter also genau wie Banken Rücklagen bilden müssen? Dann bliebe ihnen weniger Geld zum Spekulieren, weniger Möglichkeiten, Profite zu machen. Für große Vermögensverwalter wie BlackRock eine Horrorvorstellung. Besonders ungelegen kam da eine internationale Studie von Wissenschaftlern. Sie feuerte die Diskussion über die Systemrelevanz von BlackRock an. Einer der Autoren unterrichtet an der McGill-Universität in Montreal. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass unsere Studie der Beweis dafür ist. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass dieses Problem der Finanzmarktstabilität, dass wir das ein bisschen neu überdenken müssen. Dass es nicht nur die traditionellen Finanzinstitutionen wie Banken sind, die traditionell auch reguliert werden, wo wir verstehen, warum die reguliert werden und was die Probleme gegebenenfalls sein können. Die Studie heißt schlicht, wer hat Angst vor BlackRock? Die Ergebnisse klingen nur scheinbar unspektakulär. Sobald BlackRock mit seinen ETFs in Märkte investiert, ziehen sich andere Investoren auffällig zurück. Allein die Anwesenheit von BlackRock löst bei anderen Finanzmanagern Angst aus. Die Erklärung ist brisant. Offensichtlich fürchten sie sich davor, dass BlackRock und die anderen Großen plötzlich ihre gigantischen Beträge abziehen müssten. Das Problem ist, dass wenn ich selbst Investoren habe, die unter Umständen dann zu mir kommen und sagen, der Portfoliowert ist runtergegangen, ich möchte bitte mein Geld zurück, dann muss ich zu dem gleichen Zeitpunkt, zu dem der Aktienpreis negativ beeinflusst wurde, eben auch die Aktie verkaufen. Zum Zeitpunkt, der der ungünstige Zeitpunkt aller Zeitpunkte ist. Eine solche Situation fürchten an der Börse alle. Dann käme es zu dem bedrohlichen Run for the Exit nichts wie weg. Und genau diese Fluchtbewegung könnte dann eben doch systemrelevant sein. Die Kurse würden fallen, die Investoren Milliarden verlieren, die Aktiengesellschaften riesige Verluste erleiden. Das System implodierte. BlackRock oder einer der anderen Großen risse alles mit hinunter. Und wer ist dann da? Wer hält das dann? Wer kauft dann? Wenn die ETFs fallen, wer kauft dann? Wer kauft dann? Und in dem Moment, wo niemand auf der anderen Seite ist, macht der Markt diesen hier. Jetzt kann man sagen, das passiert nicht. BlackRock sagt, das passiert nicht. So was passiert nicht. Wir treffen uns mit einem Ex-Mitarbeiter von BlackRock in Kalifornien. Wir müssen ihm absolute Anonymität zusichern. Zu groß ist seine Angst, nach einem Interview in der Branche für immer verbrannt zu sein. Unser Informant hat viele ETF-Angebote mitbetreut. Der Druck bei BlackRock, diesen Markt zu erobern, war enorm. Vielleicht wollen sie den Markt zu einem Duopol machen. Ich denke, das wäre sehr schlimm, wenn das passieren würde. Ein Duopol hieße, neben BlackRock gäbe es nur noch einen weiteren Anbieter für ETFs. Nicht ganz unrealistisch. Denn mit der Nummer zwei, Vanguard, teilt man sich schon zwei Drittel des US-Marktes. In Deutschland liegt der Anteil von BlackRock's iShares bei 50 Prozent. Millionen Amerikaner wollen mit ETFs ihre Altersvorsorge sichern. BlackRock bekommt einen Teil ihres Gehalts und zahlt ihnen davon später eine Rente aus. Es ist systemrelevant auf eine andere Weise. Nämlich in dem Sinne, dass BlackRock die Altersvorsorge der amerikanischen Bevölkerung maßgeblich verwaltet. Doch nun wird in diesem Gerichtsgebäude eine pikante Klage verhandelt. Der Fall BlackRock gegen BlackRock, Unternehmen gegen Mitarbeiter. Die Anwälte glauben, dass BlackRock seine Treuepflicht gegenüber den Mitarbeitern zu eigenen Gunsten verletzt habe. Die Anklageschrift spricht von einer Kannibalisierung. BlackRock habe das Geld für die Pensionen ständig zwischen mittelmäßigen Fonds hin und her geschoben und dabei jedes Mal Gebühren kassiert. Würde das stimmen, so hätte BlackRock aus Profitinteresse das Pensionsgeld der eigenen Mitarbeiter verringert. Nur um selbst mehr Gebühren kassieren zu können. In der Summe geht es um Millionen Dollar. Es ist durchaus denkbar, dass BlackRock uns noch viele, viele Jahre vor Gericht beschäftigen wird. Es kann sein, dass ich überhaupt kein Geld erhalten werde. Nur weil ich glaube, dass BlackRock seine Verantwortung als Treuhänder nicht erfüllt hat. Als Firma, die ihre Verantwortung ernst nimmt, hätten sie vor allem bei der Offenlegung der Gebührenstruktur sehr viel besser arbeiten müssen. Das große Risiko ist, ihren guten Ruf zu verlieren. Ein großer Schwindel, der sie als Manager in Frage stellen würde, wäre für sie viel bedrohlicher als irgendein finanzielles Problem. BlackRock muss vor Gericht mehr als nur um Geld kämpfen. Es kämpft auch um seinen guten Ruf. Denn ohne das Vertrauen seiner Kunden ist Blackrocks Geschäft in Gefahr. Der Konzern ist heute der größte Investor auf den globalen Finanzmärkten und kann die ganze Börse beeinflussen. Warum aber ist ausgerechnet BlackRock so erfolgreich? Was ist das Erfolgsgeheimnis des Konzerns? BlackRock ist Großaktionär bei tausenden Konzernen geworden. Apple, Microsoft, Facebook, Shell. Blackrocks Anlagekapital steckt überall. Und obwohl es nur das geliehene Geld seiner Kunden ist, hat Larry Fink mit seinen Managern die Verfügungsgewalt darüber. Er hat im Prinzip ein Umfeld geschaffen wie eine Bank. Er verwaltet jede Menge Geld. Wenn er in etwas Neues investiert, steigen sofort die Kurse an der Börse. Wer so groß ist, steuert den Markt. In Deutschland ist Blackrock bei den 30 wichtigsten Unternehmen Großaktionär. Und nicht nur bei denen. In Frankreich ist es ähnlich. Egal ob Airbus, Renault oder L'Oreal, Blackrock besitzt große Aktienanteile. Blackrock ist einfach Dreh- und Angelpunkt der Kapitalmärkte. Zusammen mit den anderen großen Investoren hier in den USA und auf der ganzen Welt sind sie es, die das Geld für die Altersvorsorge anlegen. Sie investieren für uns und sorgen dafür, dass unsere Renten sicher sind und die Finanzmärkte funktionieren. Sie haben eine riesige Verantwortung. Ein Unternehmen mit einer riesigen Verantwortung. Weltweit. Und trotzdem kennt den Konzern kaum jemand. Wochenlang versuchen wir deshalb, einen direkten Kontakt herzustellen. Zahlreiche Telefonate und Mails später erhalten wir eine endgültige Interview-Absage. Die gleiche Erfahrung wie wir machte auch die Autorin Heike Buchter. Seit fast zwei Jahrzehnten berichtet sie für diverse Zeitungen von der Wall Street. Doch als sie für das bis heute einzige Buch über Blackrock recherchierte, stieß sie überall auf eisiges Schweigen. Ja, in der Tat. Also was ich interessant fand, war, dass selbst Leute, die nicht bei Blackrock waren, Leute, die mal bei Blackrock gewesen sind, Leute, die da gerne mal hinwollten, Leute, die mit denen anderweitig zu tun hatten, niemand wollte wirklich mit mir offen darüber, mit Namensnennung darüber sprechen. Bisher hat sich noch kein Blackrock-Mitarbeiter an die Öffentlichkeit gewagt. Auch der Ex-Angestellte, den wir in San Francisco treffen, fürchtet sich vor dem langen Arm seines ehemaligen Arbeitgebers. Er berichtet von dem täglichen Druck, dem Mann bei Blackrock ausgesetzt war. Ehrlich gesagt haben wir meistens gejammert. Das Umfeld war stressig, die Organisationsstruktur ziemlich flach. Hauspolitik war eine große Sache. Eine Menge Leute taten sich wichtig, um nach oben zu kommen. Es gab viele Beschwerden. Wir hatten einen Spruch bei Blackrock. Du weißt ja, dass du hier mit den Haien schwimmst. Unser Informant entwickelte Fonds für die internationalen Märkte. Seine Produkte sollten also weltweit Investoren anlocken. Bei Erfolg gab es fette Bonuszahlungen, bei Misserfolg Druck und Stress. Und Erfolg wurde bei Blackrock klar definiert. Es gab eine Redensart, die ich passend finde. Lass uns reiche Leute reicher machen. Auch wenn das natürlich eine krasse Vereinfachung ist. Erfolg bei Blackrock? Für mich zumindest zeigte sich das in den internen Bewertungen, also in meinen Bonuszahlungen. Das Management hat ganze Stadtteilen angemietet, in denen der Geschäftsführer den Mitarbeitern seine Visionen und Zahlen präsentierte. Und deutlich machte, welche Ziele er im Kopf hatte. Firmeninterna dringen so gut wie nie nach außen. Frei nach dem Motto, Diskretion schafft Vertrauen bei den Kunden. Die Antwort findet sich über 1000 Kilometer nördlich von San Francisco, an der Grenze zwischen den USA und Kanada. Hier liegt Wenatchee, eine Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern. Das Klima ist günstig für Obstbau. Wenatchee nennt sich selbst die Welthauptstadt des Apfels. Doch Obst ist keineswegs die wichtigste Einnahmequelle. Da sitzt noch Microsoft, Yahoo und andere, weil dort ist der Columbia Damm. Und da haben sie relativ geringe Stromkosten. Und es ist viel Platz, da ist nicht viel los. Da sind halt diese Apfelplantagen und mitten in diesen Apfelplantagen sitzt dann eben BlackRock. Hinter Fassaden, die aussehen wie Warenlager eines Versandhändlers, stehen Rechner des größten Finanzinvestors der Welt. Tag für Tag durchsuchen Geräte wie diese die digitale Welt nach allem, was wichtig sein könnte für die Finanzindustrie. Ich denke, dass die Finanzindustrie mehr als die meisten Industrie sind. Ich glaube, beim Investmentmanagement ist man noch abhängiger von Informationen als in anderen Industrien. Sie alle nutzen immer mehr Daten. Nicht nur Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenzahlen und Börsenkurse, sondern auch Satellitenbilder, Kreditkartendaten. All diese digitalen Fingerabdrücke, die wir hinterlassen, nehmen Vermögensverwalter auf, anonymisieren sie und nutzen sie sowohl für den Handel als auch zur Risikoüberwachung. Und Larry Fink scheint darin allen anderen voraus zu sein. Jede kleinste Marktbewegung, jede noch so nebensächliche Äußerung eines Ministers registrieren die Rechner von BlackRock. Werden besonders häufig oder selten Aktien in sozialen Medien erwähnt, fließt das in die Bewertung ein. Das alles passiert nicht von Menschen an. BlackRock hat dafür sein Analyseprogramm Aladdin entwickelt. Künstliche Intelligenz, die viele Entscheidungen ganz alleine trifft. Es bildet die Grundlage fürs Risikomanagement, das zu den Spezialitäten von BlackRock gehört. Und es sorgt dafür, dass die Verwaltungskosten für Investments billig sind. Im Märchen wird der Straßenjunge Aladdin, also Aladdin, reich durch die Hilfe eines Geistes. Bei BlackRock macht das Computersystem Aladdin die Firma reich. Aladdin soll pro Woche rund 200 Millionen Kalkulationen durchführen, Aktientipps erstellen oder von schlechten Papieren abraten. Ein Beispiel. BlackRock will herausbekommen, ob es sich lohnt, in einer bestimmten Wohngegend Kredite für Immobilienkäufe zu vergeben. Aladdin stellt fest, in der Gegend wurden in letzter Zeit viele Kreditverträge von Hauskäufern vorzeitig aufgelöst. Aladdin entdeckt in der Masse der Daten einen wichtigen Zusammenhang. Da, wo die Kreditverträge häufig vorzeitig aufgelöst werden, haben viele Manager einen Job in einer großen IT-Firma. Die haben natürlich das Problem, dass sie relativ häufig versetzt werden. Und dann hat man gesagt, naja, also wenn wir das wissen, werden wir dort eben nicht in Hypotheken investieren, weil wir davon ausgehen können, dass wenn die so oft umziehen, dass wir die ständig immer wieder quasi zurückkriegen. Aladdin bewahrt BlackRock's Kunden davor, an solchen Orten voreilig Kredite für Immobilien zu vergeben. Denn wenn IT-Manager häufig umziehen, dann lösen sie meist auch ihre Kreditverträge auf und zahlen am Ende weniger Zinsen als ursprünglich kalkuliert. Die Lösung? Kredite für Immobilien im Umfeld großer IT-Firmen werden einfach teurer. Doch Aladdin bringt BlackRock in anderen Bereichen noch viel mehr Geld ein. Welche Firmen sind Geheimtipps? Welche überbewertet? Welche bergen Risiken? Was planen Politiker? Wo kommen Krisen auf? Aladdin weiß mehr als jeder andere. Wer dafür zahlt, darf Aladdins Zauberkräfte nutzen. BlackRock verkauft seine Informationen weiter. Sie verpacken sie nach Bedarf und verkaufen sie an sehr große Unternehmen, damit die ihre eigenen Papiere managen können. Letzten Endes geht es um Risikomanagement. Aladdin ist der Schlüssel zu allem. Und seine Macht in der Finanzwelt hat BlackRock schon 2013 in einem Werbevideo selbst eingestanden. Das Datenprogramm wird freimütig als quasi allwissendes Hilfsmittel angepriesen. I'm smarter than any algorithm. More powerful than any processor. Because I am Aladdin. Because I am Aladdin. A new kind of intelligence. For a new world of investing. Inzwischen laufen über Aladdin 18 Billionen. Und ich meine deutsche Billionen. Billionen. Das ist so viel wie die Wirtschaftsleistung der USA in einem Jahr. Alle Amerikaner arbeiten ein Jahr lang, um quasi dieses Kapital zu stemmen, was quasi täglich, während wir hier sitzen, läuft das über Aladdin. 18 Millionen mal eine Million Dollar. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Geld, das insgesamt über die Aladdin-Software verwaltet wird. So stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn ein Fehler auftritt? Was, wenn es gehackt würde? Ich habe mit dem Produkt gearbeitet und weiß, wie streng Veränderungen im System überwacht wurden. Trotzdem ist es bedenklich, dass so viel Geld aus der ganzen Welt durch dieses eine System fließt. Was, wenn es nur Aladdin und vielleicht noch ein anderes Produkt gibt, durch das sämtliches Geld fließt? Ein Duopol, wie bei Cola und Pepsi? Man kann sich das Risiko vorstellen und die Macht dahinter. Das ist ein Systemproblem. Nirgendwo sonst kann man Ende der 70er Jahre so schnell so viel Geld verdienen wie an der Wall Street. Der Ort ist extrem begehrt. Wer berühmt werden will, geht nach Hollywood. Wer Geld machen will, geht zur Börse. Der 23-jährige Lawrence D. Fink hat keine Lust auf Film. Er macht sich mit einem MBA-Abschluss in Immobilienfinanzen auf den Weg von Los Angeles nach New York. Larry Fink war Investmentbanker. Er hat angefangen bei First Boston. Und der war ja das Wunderkind. Also der war ein richtiger Hotshot. Larry Fink und die anderen Trader saßen damals in riesigen Handelssälen und machten unglaubliche Gewinne. Rund eine Milliarde Dollar, so heißt es, spielte Fink in der Zeit mit seiner Abteilung ein. Doch dann kam der Absturz. Ich habe ja viele Geschäftsführer von Unternehmen, also ganz oben an der Spitze, und die sind fast alle Milliardäre und so weiter, untersucht. Und da ist es ganz oft der Fall gewesen, dass sie typischerweise am Anfang ihrer Karriere oder manchmal auch in der Mitte einen Riesenversagen hatten, ein persönliches Versagen, wo sie ganz viel Geld verloren haben oder wo sie gefeuert wurden. Der Fluch der Wall Street ereilt Larry Fink Mitte der 80er. Angesichts fallender Zinsen tauschen Hausbesitzer ihre alten, teuren Kredite gegen neue mit niedrigeren Zinssätzen. Fink hatte auf das Gegenteil spekuliert und sitzt plötzlich auf einem Berg von Papieren, die keiner mehr haben will. Da hatte er 100 Millionen in Sand gesetzt. Und da war ja Persona non grata bei der Bank. Das ist nicht nur ihm so gegangen. Also wenn das ihnen hier passiert, dass sie etwas so an die Wand fahren, dann sind sie selbst im Aufzug gemieden. Dann sind sie Gift, dann will keiner mehr mit ihnen gesehen werden. Dann müssen sie was anderes machen. Das hat er dann auch gemacht. Ich habe versucht zu recherchieren, ob er jetzt gefeuert wurde oder ob er gegangen ist. Lässt sich nicht mehr so genau eruieren. Wahrscheinlich ist er so ein bisschen gegangen worden. 1988 gelingt es Larry Fink, die Investmentgesellschaft Blackstone dazu zu bringen, mit ihm ein neues Unternehmen zu gründen. Blackstone Financial Management setzt auf möglichst perfektes Risikomanagement. Kurze Zeit später ändert Fink den Namen. Die Firma BlackRock ist geboren. Aber was es ist, ist, glaube ich, dieser unglaubliche Fokus auf Risiko und was Risiko sein kann. Das ist wirklich obsessiv. Das ist in gewissem Maße eine Besessenheit. Der Seismograph für Risiken und Chancen der Weltwirtschaft ist hier. 5.000 schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten bewachen einmal im Jahr das Schweizer Dorf Davos. Denn die globale Finanzelite hat zum World Economic Forum gebeten. Davos ist eine optimale Plattform, weil dort die ganzen großen Firmen vertreten sind oder jetzt zum Beispiel auch die neueren Tech-Firmen und ihre CEOs, um da Wissen abzuschöpfen. Zugang wird auf dem World Economic Forum ausschließlich akkreditierten Teilnehmern gewährt und, von Staatschefs abgesehen, müssen alle ohne ihre Bodyguards auskommen. Davos bietet unbegrenzte Möglichkeiten, unter Gleichgesinnten zu Netzwerken. In der Finanzwelt heißt es, drei Tage in Davos ersparen dir drei Monate Reisen. Das ist ein besonderer Menschenschlag, sage ich jetzt mal. Die kennen sich alle untereinander. Das ist ein relativ kleiner Zirkel immer. Man begegnet sich in Clubs, man begegnet sich in Davos. Man sitzt dann da und spricht so ein bisschen über die Lage der Welt, über die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit und wie man da was machen kann und so. Alles so ein bisschen über allen Wassern. Und da wollte BlackRock durchaus dabei sein. Larry Fink trifft hier Staatschefs, Politiker oder Vorstandsvorsitzende. Manchmal diskutiert er mit ihnen auf dem Podium. Doch meistens führt er vertrauliche Gespräche hinter verschlossenen Türen. Dadurch, dass Larry Fink Vermögen von der ganzen Welt verwandelt ist, ob das jetzt ein kuwaitischer Regierungsfonds ist oder eine Pensionskasse aus Deutschland oder eine Versicherung aus Australien, dadurch, dass er diese ganzen Daten bekommt und abschöpfen kann, und das ja auch schon seit über 20 Jahren, hat er einen einmaligen Überblick über sozusagen den Zustand der Finanzwelt. Und er hat somit produziert er nochmal eigene Informationen. Und er ist in diesem Netzwerk von Menschen, von diesen Superhubs, ein ganz besonders prominenter Knotenpunkt. In einem seiner seltenen Interviews erzählt Larry Fink in diesem Ambiente von seinen Anfängen. Sein erster Job im Schuhladen des Vaters. Mit zehn Jahren musste ich lernen, Schuhe zu verkaufen, um meinem Vater zu helfen. Es war eine wichtige Lektion, auf Menschen einzugehen. Und ich war ein ziemlich guter Schuhverkäufer. Es ist eine der wenigen privaten Geschichten, die über Larry Fink bekannt sind. Sie soll ihn wohl als gewissenhaften Geschäftsmann darstellen und von dem Machtgefälle ablenken, das längst zwischen ihm und einem Kleinanleger liegt. BlackRock-Chef Larry Fink ist nach einem beruflichen Absturz heute einer der einflussreichsten Männer der Finanzwelt. Er verdankt seinen Aufstieg vor allem dem computergestützten Analyseprogramm Aladdin, das BlackRock einen gewaltigen Wissensvorsprung verschafft. Was genau dort alles gespeichert wird, ist nicht bekannt. In jedem Fall aber trifft Aladdin weitreichende Entscheidungen, wie und wo auf dieser Welt Geld angelegt wird. Welchen Einfluss hat BlackRock damit auf unsere Gesellschaft? Mit Fragen der sozialen Verantwortung von Konzernen beschäftigt sich die deutsche Ethikon-Stiftung. In den letzten Jahren sind die Aktivisten immer wieder auf BlackRock gestoßen. Insbesondere Larry Finks öffentliche Stellungnahmen standen auf dem Prüfstand. Unsere Aktionäre, unsere Kunden verlangen von uns, dass wir uns auf Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung und auf soziale Bedürfnisse konzentrieren. Das ist ihnen bei den Investitionen wichtig. Und so glaube ich an die Macht der Gemeinschaft. Ich glaube an die Macht der Bürger, Unternehmen auf den richtigen Weg zu bringen. Er spricht davon, dass Unternehmen oder Konzerne sich Gedanken um ihr Image machen sollten. Vor allem, da jüngere Leute in den sozialen Medien ihnen heute verstärkt auf die Finger schauen würden. Regelmäßig veröffentlicht Larry Fink Briefe an die Vorstandschefs derjenigen Firmen, in die BlackRock Geld investiert hat. Dabei legt er scheinbar großen Wert auf die soziale Verantwortung der Unternehmen. Die Gesellschaft fordert, dass Unternehmen einem sozialen Zweck dienen. Um langfristig erfolgreich zu sein, darf jedes Unternehmen nicht nur an den Gewinn denken, sondern es muss auch zeigen, wie es einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Das ist eben der populäre Sprech unserer Zeit. Also bei mir kam das erstmal so an, dass da allerlei ideologischer Blödsinn drinsteht. Wenn der sich jetzt als Visionär und als Wohltäter und Philanthrop hinstellt, dann ist das blank gelogen, denn er weiß ganz genau, was seine Unternehmen, wie zum Beispiel Rheinmetall, machen. Rheinmetall ist der größte Heeresausrüster Europas. Aus Düsseldorf werden Waffen in alle Welt verkauft. Die Ethikon-Stiftung hat der Firma deshalb einen Negativpreis verliehen, den Black Planet Award. Larry Fink wird als Großaktionär namentlich genannt. Der investiert mit seinem Vermögensverwaltungsunternehmen BlackRock eben vor allem in große Konzerne und vor allem die, wo die Profitraten eben möglichst attraktiv sind. Und dafür nimmt er eben in Kauf, dass es sich dabei um Kriegskonzerne handelt, die an schrecklichen Bürgerkriegen Geld verdienen, wie jetzt gerade im Jemen und in Saudi-Arabien. Der investiert auch mit BlackRock in Unternehmen, die an der Zerstörung der Natur verdienen. Großaktionär BlackRock als Nutznießer der Kriegsindustrie. Tatsächlich hat die Rheinmetall-Aktie kräftig Gewinn gemacht. Ihr Kurs stieg seit 2016 um etwa 70 Prozent. BlackRock investiert auch in andere Rüstungskonzerne. Passt das zu den Briefen Larry Finks, in denen er mehr Verantwortung für Umwelt und Gerechtigkeit fordert? Wir sehen, dass Larry Fink gerne einmal im Jahr einen Brief verschickt, um den Firmenchefs zu sagen, was zu tun ist. Aber wir Medien können zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was Fink sagt und was die jeweils zuständigen BlackRock-Fonds-Manager zu den Vorständen sagen. Mit anderen Worten, die hehren Ausführungen von Larry Fink stehen in keinem Zusammenhang zu den Taten. BlackRock investiert dort, wo Renditen zu erwarten sind, nicht wo die höchste Moral herrscht. So wie bei Rheinmetall, das weiterhin Waffen über Tochterfirmen an Saudi-Arabien verkauft. Trotz Exportverbot der Bundesregierung. Egal, ob dort Menschen gekreuzigt oder unliebsame Journalisten wie Jamal Khashoggi ermordet werden. Wir haben das gesehen an dem Khashoggi-Fall zum Beispiel. Da sollte ja gerade kurz danach eine Konferenz stattfinden in Saudi-Arabien. Und da haben sich mehrere Unternehmenschefs, mussten die Entscheidung treffen, gehen sie oder gehen sie nicht. Und Larry Fink ist dann nicht gegangen. Er ist aber gefragt worden, ob er denn jetzt die Geschäftsbeziehungen zu Saudi-Arabien kappen würde. Und daraufhin hat er ganz klar Nein gesagt. BlackRock will sich vor unserer Kamera nicht äußern zum Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Doch in einem Positionspapier von 2018 spricht man Klartext. Letztlich gilt für BlackRock nur ein Entscheidungskriterium, ob man die Geschäftspolitik eines Unternehmens unterstützt oder nicht. Wir stimmen gegen die Geschäftsleitung, wenn das Unternehmen nicht reagiert oder nicht im langfristigen Interesse der Aktionäre zu handeln scheint. BlackRock gibt also indirekt zu, Einfluss auf Unternehmen auszuüben, wenn die Geschäfte nicht so laufen, wie man es sich vorstellt. In demselben Papier wird zwar darauf hingewiesen, dass sich BlackRock für nachhaltige und soziale Unternehmensführung, kurz ESG, einsetzen wolle. Doch dann heißt es? ESG wird oft missverstanden und dahingehend interpretiert, dass soziale oder politische Werte im Investmentprozess berücksichtigt werden müssen. Das ist nicht der Fall. Und ihren Vermögensverwaltern, den Asset-Managern, erklärt die Frankfurter BlackRock-Zentrale unmissverständlich. Asset-Manager dürfen die Vermögenswerte ihrer Kunden nicht dazu nutzen, ihre eigenen sozialen oder politischen Ansichten zu fördern. BlackRock hält sich also bei den moralischen Entscheidungen eines Unternehmens zurück, mischt sich aber sonst durchaus ein. Geht das über Abstimmungen auf Jahreshauptversammlungen hinaus? Insbesondere, wenn es sich um ein Investment handelt, bei dem BlackRock früh 5 oder 10 oder 15 Prozent aller Aktien gekauft hat und sogar im Vorstand sitzt. Ja. Ich denke, in diesem Fall werden sie sich aktiver beteiligen, weil sie ein Interesse an der Förderung und Entwicklung einer neuen Unternehmung haben. Manchmal kann das ziemlich groß sein. Selbst die wichtigsten Geschäftsführer bedeutender Unternehmen großer Industrienationen bekommen, das zu spüren. In einem Artikel der Wirtschaftswoche wird der Einfluss von BlackRock auf Manager untersucht. E.ON-Chef Johannes Tyson bringt es auf den Punkt. Fest steht, dass sich BlackRock-Verantwortliche mit den Firmen treffen. Und die Unternehmen selbst auch versuchen, sich mit denen zu treffen. Das passiert definitiv. Sie haben Einfluss. Sie müssen nichts erzwingen. Sie entscheiden. Als Geschäftsführer einer großen Aktiengesellschaft musst du deine Unterstützer an der Wall Street im Griff haben. Du willst die großen Fonds. Du willst keine kleinen Aktionäre oder viele Hedgefonds. Du willst die großen Player. Die mit 5, 6 oder 7 Prozent Anteil an deinen Aktien. Denn das gibt dir Stabilität. Kann Blackrocks Macht auch zum gesellschaftlichen Wohl eingesetzt werden? Im Dezember 2017 lädt Präsident Emmanuel Macron Politiker, Unternehmer und Finanzmanager zu einer großen Konferenz ein. Am Ende steht ein Beschluss. BlackRock soll mit staatlicher Unterstützung aus Frankreich und Deutschland einen Fonds entwickeln, der zum Beispiel in nachhaltige Industrien in Afrika investieren soll. Der Ursprung dieses Projektes liegt im Treffen zwischen Larry Fink und Präsident Macron. Larry Fink wollte auf Wunsch seiner Kunden grüne Investitionsprojekte anbieten. Daraufhin schuf Präsident Macron diese Plattform, der sich viele Privatunternehmen und Finanzdienstleister angeschlossen hat. Larry Fink hat den Staatspräsidenten Frankreichs demnach gebeten, ihm das Geschäft in Entwicklungsländern zu öffnen, offiziell um das Klima zu retten. Doch man kann es auch anders sehen. Frankreich und Deutschland helfen BlackRock dabei, neue Märkte zu erobern und zusätzliche Investoren zu gewinnen. Wir schlagen vor, dass sie ihre Komfortzone verlassen. Und da sie die Bedingungen in südlichen Staaten, insbesondere in Afrika, nicht gut kennen, sind die beiden staatlichen Entwicklungsagenturen für Larry Fink ein unverzichtbarer Partner bei der Risikokontrolle. Noch gibt es keine konkreten Projekte. Fest steht aber, in die wirklich armen Länder soll der Fonds nicht investieren, ausschließlich in wachsende Märkte. Die Bereitschaft, BlackRock zur Rettung des Klimas die Komfortzone zu verlassen, hält sich offenbar in Grenzen. Zumal BlackRock weiterhin Geld verdient an Unternehmen, die sich eher weniger durch Umweltschutz auszeichnen. Der Widerspruch zwischen Lippenbekenntnissen und tatsächlichem Handeln führt immer wieder zu Protestaktionen. Ab und zu erhält Larry Fink neue Negativpreise. Zum Beispiel für sein Investment in die Klimakiller Kohle, Öl und Gas. Wir sind hier vor dem Hauptsitz von BlackRock, um Larry Fink den einzigen Preis zu geben, den er wirklich verdient hat. Eine Auszeichnung als Klimabetrüger. Der Philosoph Kant sagte, dass aus dem krummen Holz, woraus der Mensch gemacht ist, nichts Gerades gezimmert werden kann. BlackRock ist immer noch ein Unternehmen, egal was Larry Fink sagt. Der Einfluss von BlackRock wächst mit jeder neuen Investition, die das Unternehmen tätigt. Rund um den Globus stimmt BlackRock heute bereits auf rund 17.000 Hauptversammlungen großer Aktiengesellschaften über deren Geschäftspolitik mit ab. Für den Wissenschaftler Martin Schmals einer der Gründe, den Einfluss des Finanzinvestors wissenschaftlich zu untersuchen. Was bedeutet es denn eigentlich für die Wirtschaft auf der Welt, dass BlackRock in so vielen Unternehmen großaktionär ist? Ich hatte mir einfach immer vorgestellt, dass Bill Gates der größte Anteilseigner an Microsoft ist und Steve Jobs oder Cook oder an Apple und so weiter, wie man das eben normalerweise aus der Presse kennt mit Mark Zuckerberg und so weiter. Das stellte sich aber einfach als falsch raus. Also mir waren einfach nicht die Fakten bekannt, dass weder in Apple noch Microsoft die Gründer, die größten Anteilseigner sind, sondern die größten Anteilseigner eben Vanguard, BlackRock und ähnliche Finanzinvestoren sind. Schmals macht darauf aufmerksam, dass BlackRock und andere große Finanzfonds wie Vanguard in Firmen investieren, die Konkurrenten sind. Experten nennen das Common Ownership. BlackRock hat also zum Beispiel Aktien sowohl bei Adidas als auch bei Puma. Was aber heißt das für den Wettbewerb? Common Ownership heißt, dass die großen Finanzgesellschaften Anteile an praktisch allen Firmen weltweit haben. Die Sorge ist, dass der Wettbewerb darunter leidet. Fakt ist, es gibt immer weniger, immer größere Unternehmen, die ganze Branchen beherrschen. Aber ob das an den Investoren liegt, das wissen wir nicht. Um diese Frage zu beantworten, analysierte Martin Schmalz mit seinen Kollegen den amerikanischen Luftfahrtmarkt. Dabei kam heraus, dass Ticketpreise der großen Airlines unter dem Einfluss von Common Ownership stiegen. Im Ergebnis lagen sie um bis zu 11 Prozent höher als vorher. Wenn Sie zwei Airlines haben, Sie besitzen eine, ich besitze die andere, dann tauschen wir einen Teil unserer Anteile aus, sodass Sie 50 Prozent von beiden halten und ich halte auch 50 Prozent von beiden. Jetzt haben wir viel Common Ownership. Und was die Daten zeigen, ist eben, dass wenn solche Transaktionen stattfinden, also weniger extrem als in diesem Beispiel, dass dann die Preise in den Märkten eben steigen, die Ticketpreise. Und andersrum, wenn man viel Common Ownership hat, aber dann Anteile so verkauft werden, dass es weniger Common Ownership gibt, dann gehen eben die Preise wieder runter. In den Untersuchungen von Martin Schmalz geht es letztlich darum, welchen Einfluss Common Ownership auf das Verhalten der Geschäftsführer konkurrierender Firmen hat. Wenn die nämlich wissen, dass ihr eigener Investor auch im anderen Unternehmen sitzt, lassen sie den Konkurrenzkampf vielleicht schleifen. Und damit setzen die Manager, die sogenannten CEOs, einen gefährlichen Kreislauf in Gang. Wenn der CEO in der einen Firma sich jetzt ein bisschen weniger anstrengt, die Kosten zu senken und dadurch die Gewinne zu erhöhen, und der CEO in der anderen Firma sich auch ein bisschen weniger anstrengt, die Kosten zu senken, dann sind eben die Gesamtkosten der Industrie ein bisschen höher. Wenn die Gesamtkosten höher sind, dann werden die Firmen weniger produzieren, weil die Kunden weniger nachfragen. Wenn aber die Firmen weniger produzieren, sind die Produktpreise höher. Einfach, weil weniger Angebot auf dem Markt zu höheren Preisen führt. Und das paradoxe Resultat davon kann sein, dass die Marschen in der Industrie höher sind, wenn sich die CEOs weniger anstrengen, die Kosten zu senken. Schmalz Forschung hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch an der weltberühmten Berkeley University wird diese neuartige Bedrohung des Wettbewerbs beobachtet. Denn wenn Schmalz Recht behält, wäre der Wettbewerb gefährdet, ohne dass es wie früher direkte Preisabsprachen geben müsste. Wir versuchen herauszufinden, ob die Ergebnisse auch in anderen Branchen gültig sind. Ich würde sagen, dass eine Studie kein Beweis ist. Wir brauchen mehr davon. Wir haben sicherlich Grund zur Sorge und sollten weiterforschen. Aber endgültige Urteile sind noch nicht möglich. Schmalz untersuchte auch den amerikanischen Bankensektor. Dort stellte er ebenfalls einen Zusammenhang fest. Je mehr kamen Ownership, desto höher waren die Kontogebühren und umso weniger Zinsen erhielten die Kunden. Wir haben ein zweites Papier geschrieben über Banken, aber andere haben geschrieben über Saatgutpreise, die von den großen Saatgutkonzernen eben gemacht werden, haben dort Effekte von Common Ownership gezeigt. Es gibt ein halbes Dutzend Studien über den Einfluss oder den Zusammenhang zwischen Common Ownership und der Innovationskraft von Unternehmen. Das Thema wird in Wissenschaftskreisen kontrovers diskutiert. Auch die Medien greifen es auf. Denn die Brisanz ist enorm. Eine Welt der Finanzfondkonzerne, die den Wettbewerb stark einschränken, wäre für alle Volkswirtschaften fatal. Wenn der Wettbewerb irgendwie ausgehebelt wird, dann haben wir es im Extremfall mit Vetternwirtschaft zu tun. Und das ist nicht gesund. Ich denke, wir sind noch weit davon entfernt. Aber ein paar der Hypothesen von Professor Schmalz sind faszinierend, denn sie weisen auf etwas hin, das uns in den kommenden Jahren sehr beschäftigen wird. Denn BlackRock und andere große Fondsgesellschaften werden immer größer und größer und größer. Sollte Schmalz recht haben, würde das die Marktwirtschaft auf den Kopf stellen. Konkurrenten kämpften nicht mehr um die Gunst der Kunden, sondern nur um die Gunst ihrer Investoren. Immer wieder wird der Professor aus Oxford deshalb eingeladen, um seine Ergebnisse vorzutragen. So wie vom Bundeskartellamt in Bonn. Deswegen ist dieses Thema, das gerade von Herrn Professor Schmalz, dieses Thema Com-Ownership hochgebracht, das er so mit hochgebracht hat. Das hat seinen Weg in die Praxis schon gefunden. Also wir schauen uns das an im Einzelfall, versuchen dann eine Prognose zu treffen, welche Auswirkungen das haben könnte. Aber es ist bisher noch nicht zu einer Untersagung eines Falles auf dieser Grundlage gekommen. BlackRock und die anderen Finanzinvestoren wollen auf keinen Fall zulassen, dass sie in Zukunft bei Aktienkäufen stärker kontrolliert werden. Kein Wunder. Nach Berechnungen von Analysten stellen die größten drei Fondsgesellschaften heute bei fast 90 Prozent der 500 führenden US-Konzerne den größten Aktionär. Common Ownership ist also die Regel, nicht die Ausnahme. Je mehr darüber diskutiert wird, desto mehr Gegengutachten und Stellungnahmen tauchen auf, die Black Rocks Position stärken soll. Die Konzernspitze lässt keine Gelegenheit aus, Schmalz Ergebnisse zu kritisieren. Um mögliche Gefahren für die Wirtschaft zu überprüfen, führte die US-Handelskommission im November 2018 in New York ein Hearing durch. Die Ausführungen des deutschen Wissenschaftlers gefährden die Interessen von BlackRock. Dementsprechend scharf fällt die Antwort der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Finanzinvestors aus. Um Common Ownership zu verhindern, soll man nur noch Aktien von einem Unternehmen pro Branche besitzen dürfen. In diesem Fall könnte man nicht mehr vielfältig investieren. Dieses Engagement spielt aber eine wichtige Rolle für die Verantwortlichkeit von Unternehmen und hat nicht nur einen Wert für die Aktionäre, sondern für die ganze Gesellschaft. Soll heißen, BlackRock kämpft für das Wohl der Gesellschaft. Oxford-Professor Schmalz hingegen habe zahlreiche Fehler gemacht. Seine wissenschaftliche Kompetenz wird relativ unverhohlen in Frage gestellt. Auch uns lässt BlackRock zahlreiche Gegengutachten zukommen. Der Druck auf Schmalz ist erheblich. Man gewinnt den Eindruck, dass sich die Macht eben auch in den akademischen Bereich erstreckt. Rings um die Wall Street herrscht kein Zweifel daran, dass BlackRock die Finanzmärkte maßgeblich beeinflusst. Die Frage ist, wie konnte das Unternehmen in so kurzer Zeit so mächtig werden? Während der Finanzkrise spielte BlackRock an der Wall Street noch keine Rolle. Es waren vor allem Banken, die beinahe die Weltwirtschaft in den Abgrund gezogen hätten. Im September 2008 bricht die US-Investmentbank Lehman Brothers zusammen. In der Folge gerät das weltweite Finanzsystem ins Wanken. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es anschließend herauszubekommen, wie schlimm es um die einzelnen Geldinstitute tatsächlich steht. Womit haben sie sich eigentlich verspekuliert? Wie groß ist der Schaden? Doch wer kann so etwas herausfinden? Vor allem, wem kann man noch vertrauen? Normalerweise würden sich die Europäische Zentralbank oder verschiedene Regierungen einfach bei Goldman Sachs oder JP Morgan oder der Deutschen Bank Beratung holen. Aber das war nach der Krise schwierig. Und wenn man dann jemanden sucht, der die Märkte wirklich gut kennen sollte, mit wem sprichst du dann? Natürlich mit Investoren, Fondsmanagern, die Tag für Tag über die Märkte und deren Abläufe nachdenken. Da ist es normal, dass sie zu ziemlich großen Beratern wurden. Das amerikanische Finanzministerium und die Notenbank melden sich bei Larry Fink. BlackRock soll die Bücher der strauchelnden weltgrößten Versicherung AIG analysieren. Dem Chef der Notenbank, Timothy Geithner, versichert Larry Fink, dass mithilfe Aladdins sein Team in der Lage sei, toxische Papiere zu erkennen. So wird Blackrocks Computerprogramm zum Rettungsanker für die hilflose Notenbank. Eine öffentliche Ausschreibung gibt es nicht. An diese Projekte kommst du halt nicht ran, wenn du niemanden kennst. Natürlich werden die auch ausgeschrieben, aber im Fall von BlackRock, erstaunlicherweise, in ganz vielen Fällen hieß es, ja, da war Eile geboten, da müssten wir ganz schnell jemanden finden. Prompt folgt der nächste Auftrag. US-Präsident Obama und Notenbankchef Geithner müssen die Citigroup retten. Niemand weiß genau, wie viele faule Kredite in deren Büchern stehen. BlackRock füttert seinen Aladdin-Rechner mit allen Informationen und Daten der riesigen Citigroup. Das Ergebnis, die US-Regierung vergibt danach Milliarden Dollar Staatshilfen an die Bank. Wenn eine Bankaufsicht die Kriterien für die Robustheit von Banken nicht selbst entwickeln kann, dann dankt sie ab. Das ist sozusagen Herrschaftswissen, was nur von der Bankenaufsicht entwickelt werden kann, entwickelt werden muss, was auch bei der Bankenaufsicht bleiben muss. Als Notenbankchef Timothy Geithner 2009 von Barack Obama zum amerikanischen Finanzminister ernannt wird, bekommt Larry Fink einen direkten Draht ins Weiße Haus. Blackrocks Aussichten für die Zukunft sind herausragend. Während die Verbindungen zur Zentralbank und zum Finanzminister wachsen, tun sich neue Geschäftsfelder auf. BlackRock bekommt den Auftrag, Stresstests bei amerikanischen Banken durchzuführen. Und auch in Europa sind Blackrocks Dienste bald gefragt. Als Folge der Finanzkrise verschärft die EU die Regulierung der Banken. 2014 überträgt man der EZB die zentrale europäische Bankenaufsicht. Als wir angefangen haben im Aufbau, da mussten wir 2014 sehr schnell eine sogenannte Comprehensive Assessment machen vom gesamten Bankensystem. Wir hatten noch nicht sehr viele Leute hier. Und dann haben wir auch die Hilfe von Beratern herangezogen, um uns zu helfen, das aufzubauen. Das hatte auch den Vorteil, einige von denen waren aktiv bei anderen Aufsichtsbehörden international, dass wir die Best Practices von denen mit einbeziehen konnten. Aus diesen Büros werden heute die großen europäischen Bankhäuser reguliert. Die EZB-Angestellten arbeiten mit BlackRock und anderen externen Beratern zusammen. Die wichtigste staatliche Kontrollbehörde Europas teilt also sensible Wirtschaftsdaten mit BlackRock. Könnte Larry Fink dieses Wissen für seine anderen Geschäfte nutzen? Wenn wir unsere Berater aussuchen, schauen wir natürlich darauf, wie sie durch Chinese Walls dafür sorgen, dass ganz klar getrennt wird, was sie für die Beratung für uns machen und was sie für ihren Kundenbereich machen. Und dass das ganz klar getrennt ist, das ist auch ganz normal bei Investmentbanks. Und wenn rauskäme, dass jemand da das irgendwie verwässern, vermischen würde, dann wären die sofort raus aus dem Geschäft. Worum geht es bei den berühmten Chinese Walls, den chinesischen Mauern? Ein Beispiel. BlackRock bekommt als Berater der EZB exklusive Informationen über den Wert einer Bank. Dieses Wissen könnte der Konzern theoretisch bei Spekulationen an der Wall Street gewinnbringend nutzen. Doch das wäre hochgradig illegal. Deshalb müssen die Analyse und die Kaufabteilungen möglichst unüberwindlich voneinander getrennt werden. Jede Firma stellt dafür extra Mitarbeiter ein. Sie sollen die sogenannten chinesischen Mauern schützen. Die Leute sitzen buchstäblich neben dem Fondsmanager und sagen, ich glaube nicht, dass du das tun solltest. So nicht. Mit diesen Leuten darfst du nicht reden. Oder das musst du offenlegen. Ganz zu schweigen von den automatischen IT-Kontrollprogrammen. Doch wie jeder weiß, sind Menschen brillant darin, solche Kontrollen zu umgehen. Aber im Moment ist die Krise noch so frisch in Erinnerung, dass es bestimmt ein paar faule Äpfel gibt, weil es die immer gibt. Aber die Gefahr insgesamt nicht allzu groß ist. Können die chinesischen Mauern den Wissenstransfer wirklich verhindern? Mit Blick auf die Euro-Krise bleiben zumindest Zweifel. BlackRock kaufte im Juli 2015 griechische Staatsanleihen und zwar zu einem Zeitpunkt, als die ganze Welt darüber spekulierte, ob die bald völlig wertlos wären. Was damals kaum jemand wusste, BlackRock hatte zuvor auf Wunsch der EZB die Bücher der griechischen Banken geprüft. Nutzte BlackRock sein Wissen aus? Als Griechenlands Pleite abgewendet wurde und die Risikoaufschläge der Staatsanleihen sanken, machte sich der Kauf jedenfalls für BlackRock bezahlt. BlackRock verweist auf Nachfrage darauf, ein reguliertes Unternehmen zu sein. Im Jahr 2008 habe man ein eigenständiges Beratungsteam gegründet, das von den Investmentabteilungen strikt getrennt sei. Auch räumlich. Hinzu kämen regelmäßige technische und betriebliche Kontrollen. Die Chinese Wall ist der große Mythos in der Finanzwelt, sagt man immer. Deshalb hat man vor allem in den USA die Analyse des Aktienmarkts und den Handel mit Aktien sauber getrennt. Normalerweise funktioniert es eine Weile und dann gibt es wie in allen Mauern immer wieder Löcher, durch die Informationen hin und her gelangen können. In Griechenland gerät der US-Konzern erneut in Verdacht. Als das schwer verschuldete Land auf Druck der EU staatliche Gebäude privatisieren muss, steigt BlackRock früher als die meisten anderen ins Immobiliengeschäft ein. Der Ex-Banker Paschalis Buchoris organisiert die Privatisierung für den Staat. Kurze Zeit später erhält er bei der griechischen BlackRock-Tochter einen Chefposten. Für die EZB ist die Beratung durch Finanzfondsgesellschaften trotz aller chinesischen Mauern pikant. Schon bald will man unabhängiger werden. Und von Jahr zu Jahr, von Stresstest zu Stresstest, ist die Rolle der Berater weniger geworden. Und es ist gut möglich, dass in 2020 wir gar keine Berater mehr verwenden werden und alles durch eigene Expertise machen werden. BlackRock ist nicht nur der größte Finanzinvestor der Welt, der Konzern berät auch Regierungen und Notenbanken. Viele fürchten, dass BlackRock dadurch unerlaubte und exklusive Einblicke in das Finanzsystem erhält, die man zum eigenen Vorteil nutzen könnte. Doch selbst wenn BlackRock aus dem Insiderwissen keinen Vorteil zieht, stellt sich die Frage, wie eng sind die Verflechtungen von BlackRock mit der Politik? Mexiko. Die Heimat der Azteken ist mit 124 Millionen Einwohnern das elftgrößte Land der Welt. Pro Kopf ist das Bruttoinlandsprodukt etwa so hoch wie in China. Bei allen Problemen, die es gibt, Mexiko weckt Begehrlichkeiten. Zum Beispiel die von BlackRock. Der US-Konzern investiert seit 2008 massiv in das Land in Amerika. Deshalb hatte BlackRock im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen von 2018 allen Grund zur Sorge. Ein neuer Kandidat stellte sich zur Wahl. Andrés Manuel López Obrador, ein linker Politiker, der zuvor Bürgermeister von Mexico City war. Viele Investoren fürchteten, dass er wichtige Industriebereiche verstaatlichen könnte. Viele seiner Anhänger wünschten sich das. Der stärkste Kandidat damals, López Obrador, der heutige Präsident, war derjenige, dessen Ideen am meisten gegen den politischen und wirtschaftlichen Mainstream standen, die Mexiko in den letzten Jahrzehnten erlebt hatte. Vor allem die kürzlich privatisierte Energiebranche Mexikos war ein Thema. BlackRock hatte dort viel Geld platziert und plante, in eine neue Gaspipeline zu investieren. Auf den bisherigen Präsidenten war Verlass. Doch die Wahl eines unkalkulierbaren Linken hätte BlackRocks Investitionen dort gefährden können. Und das ausgerechnet in Mexiko, Larry Finks erklärtem Lieblingsland. Seine Beziehung zu Mexiko war ihm schon immer wichtig. Er ist ein Mensch, der oft gesagt hat, dass er Mexiko liebt. Fest steht, dass BlackRock in Mexiko mehr als 60 Milliarden Dollar in verschiedene Fonds investiert hat. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Während BlackRock zu der Zeit weltweit 6,5 Billionen Dollar verwaltet, liegt Obradors Parteizentrale in einem einfachen Viertel von Mexiko City. Der Politiker steuert seinen Wahlkampf aus diesem Gebäude. Bis heute befindet sich hier sein Hauptquartier. Wer mit Obrador oder seinen Vertrauten reden will, muss normalerweise durch diese Empfangshalle. Doch das gilt nicht für Larry Fink, als er im Mai 2018 anreist. Gemeinsam mit anderen Finanzmanagern darf er López Obrador in einem Luxushotel treffen. Die Inhalte der Gespräche bleiben vertraulich. Allerdings erklärt Obrador anschließend öffentlich, dass ihm US-amerikanische Finanzfonds in Mexiko stets willkommen seien. Ich glaube, dass dieses Treffen zwischen Fink und López Obrador ein Zeichen von Vertrauen ist. Ich denke, es geht weit über ein Treffen des guten Willens hinaus. Kurze Zeit später wird López Obrador neuer Präsident. Die Menschen erhoffen sich von ihm die Bekämpfung der grassierenden Korruption und Kriminalität. Aber viele wollen auch vorher privatisierte Wirtschaftsbereiche, in denen Black Rocks Milliarden stecken, wieder verstaatlichen. Doch davon ist nach Obradors Wahlsieg keine Rede mehr. Und wird es wohl auch nicht mehr sein. Denn kein Präsident Mexikos kann auf das Geld ausländischer Finanzinvestoren wie Black Rock verzichten. Die Möglichkeit, dass Präsident López Obrador das ausländische Kapital im Energiesektor aus Mexiko verbannen wird, ist gleich Null. Praktisch Null. Es geht ums reine Überleben. Keine internationale Organisation würde dem Land Geld leihen. Weder der internationale Währungsfonds noch die Weltbank. Keine internationale Organisation würde die Finanzlücke dann füllen. Denn schon zehn Jahre vor dem Wahlsieg des linken Präsidenten hat Black Rock sich in Mexikos Energiesektor fest verankert. Erst vor kurzem hat die Journalistin Claudia Ocaranza den Deal von damals genauer recherchiert. Mit kleinem Budget und investigativen Methoden kümmert sie sich immer wieder, im Auftrag der Nichtregierungsorganisation Poder um Lobbyismus. Aus Sicherheitsgründen darf ihr Büro von außen nicht gezeigt werden. Claudia Ocaranza stieß bei ihrer Arbeit auf ein Geflecht von wechselseitigen Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft in Mexikos Führungselite. Dabei begegnete ihr immer wieder der Name Black Rock. Einflussreiche Persönlichkeiten des Landes standen seit 2011 mit dem Konzern in enger Verbindung. Zunächst heuerte Black Rock den Sohn von Carlos Slim an, der als größter Unternehmer Mexikos und damals reichster Mann der Welt allerbeste Kontakte hatte. Kurz darauf verpflichtete Black Rock den damaligen Finanzstaatssekretär Gregor Dosa, der sich zuvor für den Einstieg privater Investoren bei Staatsunternehmen stark gemacht hatte. Also ganz im Sinne seines späteren Arbeitgebers Black Rock. 2015 traf sich Larry Fink mit dem damaligen Präsidenten Nieto. Es ging um den staatlichen Energiekonzern Pemex. Wir wissen nicht genau, was dort passiert ist. Aber anschließend gab es einen Vorvertrag zwischen Black Rock und Pemex. Also ist es nicht sehr schwer zu verstehen, warum dieses Treffen stattgefunden hat. Und dann wurde Pemex vom staatlichen zu einem halbstaatlichen Unternehmen. Das bedeutete, dass es sich für private, in- und ausländische Investitionen öffnete. Claudia Ocaranza gelingt es, das Memorandum zwischen Black Rock und Pemex einzusehen. Darin wird die Einrichtung eines gemeinsamen Projektbüros von Black Rock und Pemex geregelt, das die Zusammenarbeit bei Energieprojekten in Mexiko fördern soll. Der richtige Vertrag über den Deal mit allen Details bleibt bis heute geheim. Der offizielle Grund ist, dass es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelte und dass es die Beziehung zwischen Black Rock und Pemex und den Wettbewerb gefährden könnte und so weiter. Bis heute wissen wir nicht, wie hoch der Anteil von Black Rock ist, wie viel Prozent sie überhaupt maximal haben dürfen in einem Energieunternehmen. Wir wissen nicht, welche Pflichten sie haben oder wie viel Geld investiert werden soll. Das alles wissen wir nicht. Doch ein paar Details konnte die Journalistin herausfinden. Black Rock hat Zugriff auf große Energieprojekte wie die gigantische Erdöl- und Gaspipeline Los Ramones. Zusammen mit einem Partner steckte Black Rock 900 Millionen Dollar in die Entwicklung der Pipeline, die Mexiko mit den Schiefergasförderbecken in den USA verbindet. Es ist der Anfang der gigantischen Investitionen, die bis heute in den mexikanischen Energiesektor gesteckt wurden. Und trotz des Regierungswechsels zu einem linken Präsidenten baut Black Rock seinen Einfluss in Mexiko immer weiter aus. Wir reden davon, dass sie allein 2018 85 Milliarden Dollar in nachhaltige Energiefonds investiert haben. Das sind fast 90 Prozent der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Und sie setzen weiterhin auf den Energiesektor. Black Rock ist neben anderen ausländischen Unternehmen einer der größten Investoren in Mexiko. Neben dem Energiesektor ist Black Rock in Mexiko vor allem an Geschäften mit Rentenfonds interessiert. Die Nationalbank übergab Black Rock 2014 das Recht, einen Teil der Ersparnisse mexikanischer Rentner für sie anzulegen. Mit anderen Worten, Black Rock hat Zugriff auf das Geld vieler Pensionäre und soll deren Renten sichern. Ein riesiges Geschäft. Die Genehmigung erteilte die staatliche Rentenkommission CONSAR. Und das, obwohl zu der Zeit gegen einen Black Rock Manager ein Verfahren wegen Insiderhandels lief. Auch wenn es später eingestellt wurde, ist sich Claudia Ocaranza sicher, nach den Richtlinien hätte es keinen Vertrag geben dürfen mit einem Konzern, gegen den ermittelt wird. Und noch etwas stört sie. Wo investiert Black Rock mein Geld? Es geht nicht, dass wir das nicht erfahren. Die Rentenkommission CONSAR hat Black Rock nicht verpflichtet, Auskunft zu geben. Immer neue Verbindungen werden bekannt. Isaac Portneu unterschrieb nach Recherchen von Ocaranza für Black Rock den lukrativen Vertrag. Er war vorher ausgerechnet bei CONSAR tätig, der staatlichen Kommission, die der Vereinbarung zuvor zustimmen musste. Nach ein paar Jahren bei Black Rock wechselte Portneu dann zu Pemex, der Erdölfirma mit der Black Rock nach dem Treffen von Larry Fink mit Ex-Präsident Nieto Milliarden in den mexikanischen Energiesektor investierte. Der Kreis schließt sich. Wir fanden einige solche Fälle wie das Beispiel von Black Rock und Isaac Portneu. Es ist wichtig zu sagen, dass wir keinen Beweis haben, dass er etwas Unrechtes getan hat. Aber er saß vorher genau in der CONSAR-Kommission, in der die Pensionsfonds in Mexiko geregelt werden. Ein klassischer Fall von Drehtüreffekt also. Von staatlichen Institutionen oder politischen Ämtern wechseln wichtige Personen zu Black Rock. Oder umgekehrt, ganz nach Bedarf. Mein Name ist Friedrich Merz. Mit E. Anders als in Ihrer Einladung, die Sie bekommen haben. Als Kanzlerin Merkel 2018 bekannt gibt, den CDU-Vorsitz abgeben zu wollen, bewirbt sich ein ehemaliger Spitzenpolitiker um die Nachfolge. Was damals kaum jemand weiß, der ehemalige CDU-Fraktionschef Friedrich Merz ist inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender bei Black Rock geworden. Wenn die Leute wechseln von Black Rock in die Politik, dann ist das meiner Meinung nach weniger ein Problem, dass die sich dann bezahlen lassen oder irgendwie sowas. Sie denken wie ihr einstiger Arbeitgeber oder Auftraggeber. Das nehmen sie mit, das nennt man Captive Thinking. Das ist diese Geschichte, dass sie dann die Welt aus der Brille eines Black Rock wahrnehmen. Es ist schon nicht unproblematisch, jenseits aller Regulierung, wenn ein führender deutscher Politiker seine gesamten politischen Verbindungen einem so mächtigen Unternehmen zur Verfügung stellt und gleichzeitig auch noch für sich in Anspruch nimmt, sozusagen die Vermögensverwaltungsaktivitäten von Black Rock im Interesse der Bürger zu pflegen. Das nimmt ihm keiner ab. Genauso wenig, wie man ihm abnimmt, ein Mann der Wirtschaft zu sein. Er wäre nie in einer Management-Position. Merz betreibt im Rennen um den CDU-Vorsitz auch den Versuch, Rentenfonds privater Anbieter steuerlich zu fördern. Dabei erwähnt er nicht, dass dies seinem Arbeitgeber Black Rock Vorteile verschaffen würde. Wir haben eine viel zu geringe Ausstattung der betrieblichen und der privaten Altersversorgung mit kapitalgedeckten Systemen. Die Tatsache, dass man sich mit Herrn Merz jemanden gekauft hat, der weite Verbindungen in der deutschen Politik hat, von dem er sich ja hofft, dass er Interessenwaren tätig werden kann, spricht für sich. Das Thema ist nicht nur Black Rock, sondern es ist die Macht des internationalen Finanzkapitals gegenüber nationaler Demokratie. Fünf Monate nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich kommt es im Élysée-Palast zu einem denkwürdigen Treffen. Emmanuel Macron lädt Investoren ein. Der wichtigste Gast, Black Rock-Chef Larry Fink. Macron will Geld des größten Vermögensverwalters der Welt ins Land holen. Deshalb hatte er bereits kurz nach seinem Amtsantritt Fink mehrfach getroffen. Heute, wie damals, finden die Unterhaltungen im geschlossenen Kreis statt. Macron will keine Kameras. Letztlich denke ich, dass er zutiefst überzeugt ist. Und ich finde, dass er recht hat, dass man diesen Menschen nahe sein muss, zumindest in geschäftlicher Hinsicht, um sie dazu zu bringen, sich in Frankreich niederzulassen, beziehungsweise Investitionen zu tätigen. Denn was er will, ist das Geld. Es sind die Fonds. Macron will weniger Staat und mehr Privatisierung in Frankreich. Dafür hat der Staatspräsident eigens eine Kommission ins Leben gerufen. Zu deren Mitgliedern gehört auch der Chef von Black Rock Frankreich, Jean-François Cyrillis. Erst arbeitete er für Präsident Chirac, machte dann das staatliche Unternehmen Gas de France zu einem der größten Energiekonzerne der Welt. Und genau wie Friedrich Merz in Deutschland fordert auch Jean-François Cyrillis überall und immer wieder, dass Aktienfonds bei der Altersvorsorge gefördert werden müssen. Wir machen jedes Jahr eine Studie, was die Franzosen für ihren Ruhestand wollen. Sie wissen, dass die klassische Rente nicht den gewünschten Lebensstandard bringen wird. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir eine neue Säule für die Altersvorsorge bekommen. Während Black Rock und andere Finanzlobbyisten ihre Kontakte zu Macron ausbauen, kommt es in Frankreich zur Auseinandersetzung mit der sogenannten Gelbwestenbewegung. Sie richtet sich gegen Macrons wirtschaftsliberale Reformen. Die Menschen sind wütend darüber, dass die Politiker den Finanzgiganten scheinbar zugestehen, die ganze Welt unter sich aufzuteilen. Also, das sind Leute, die gegen das System protestieren. Obwohl sich dieser Protest eigentlich gegen die Finanzwelt und gegen Black Rock und deren Freunde richten müsste. Das ist jetzt vereinfacht. Aber was stimmt ist, dass das Finanzsystem ziemlich viel Anteil an der Ungleichheit im Land hat und dass der Protest dieser Menschen sich auch gegen die Ungleichheit richtet. Auch in Deutschland regt sich Widerstand gegen die Finanzwelt. Die Zahl der Menschen, die sich von ihr bedroht fühlen, wächst. Der Berliner Ruspe Taheri ist wütend über die Mieten in der Stadt. Besonders ärgert er sich über den Einfluss von Finanzinvestoren beim Wohnungskonzern Deutsche Wohnen. Denn dessen Mieterhöhungen fallen nach Modernisierungen in vergleichbaren Wohnlagen zum Teil doppelt so hoch aus wie bei städtischen Vermietern. Viele glauben, dass Hauptaktionär Black Rock darauf Einfluss nimmt. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass so ein Milliardenkonzern wie Black Rock oder tausende Milliardenkonzern, genauer gesagt, einfach so eine Investition laufen lässt. Dann sollen sie machen, was sie wollen. Zehntausende demonstrieren in Berlin dafür, der Deutsche Wohnen und Black Rock das Geschäft kaputt zu machen. Die Wohnungsgesellschaft soll gegen Entschädigung enteignet werden. Damit würde Black Rock eines seiner wichtigsten Investitionsobjekte in Deutschland verlieren. Da Black Rock ja auch Anteile von Deutschen Wohnen hat. Black Rock ist, glaube ich, mittlerweile fast an 10 Prozent. Es geht darum, die Dividende auszuschütten und nicht darum, die Häuser in Stand zu halten. Die sind auch bei Vonovia und bei allen großen Unternehmungen. Hat Black Rock auch ein großes Interesse daran, dass die Mieten steigen? Husbe Taheri hat bereits weit über 70.000 Unterschriften für eine Enteignung gesammelt. Die Wut auf Spekulanten und scheinbar schamlose Mietsteigerungen ist so groß, dass sich die Politik ernsthaft mit seiner Initiative beschäftigen muss. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und da bleiben so viele Unsen am sozialen Rand. Und die können die Mieten überhaupt nicht mehr bezahlen. Schon jetzt zeigt der Druck der Straße Wirkung. Nach der Demonstration und der Diskussion über mögliche Enteignungen fällt der Aktienkurs der Deutsche Wohnen um rund 20 Prozent. Eine sichere Geldquelle von Black Rock droht zu versiegen. Wer an der Börse spekuliert, und zwar mit dem Schicksal von Mieterinnen und Mietern spekuliert, das müssen auch alle Kleinaktionäre wissen, kann auch verlieren. Und bei den großen Investoren wie Black Rock oder andere institutionelle Anleger. Da habe ich ja nun gar kein Problem, ihnen Schaden zuzufügen. Sie haben der Gesellschaft lang genug Schaden zugefügt. Keine andere Firma verwaltet so viel Geld wie Black Rock. Ihr Arm reicht weit in die Politik und beeinflusst ganze Regierungen. Doch darüber redet man nicht. Larry Finks' Manager dürfen nicht nach Moral entscheiden, sondern nur nach Aussicht auf höhere Renditen. Je größer die Macht des Investors wird, desto mehr drängt sich die Frage auf, müssen wir Angst haben vor Black Rock? Könnte die Größe des Konzerns unter Umständen eine weltweite Finanzkrise begünstigen? Und ist Black Rock überhaupt noch aufzuhalten? Und ist Black Rock überhaupt noch aufzuhalten?